Moin Freunde und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ist es mal wieder, ja gut, mal wieder, ich kann es ja nicht sagen, ein Vlog. Aber diesmal nicht irgendwie so, sondern ich laufe ein bisschen. Ja, zusammen mit, mit meinem Opa. Ja, machen wir immer schön ein Wochenende, das heißt Walken, genau, wie gesagt, vorne dieses Thema, oder mehr gesagt in diesem Video, werdet ihr ein bisschen die Landschaft erkunden und wir werden über Realtalk reden, über verschiedene Themen, ja, aber weiteres Leute erzähle ich euch nach dem Intro, bis gleich. So, ihr seht jetzt, wie viele Landschafts befinden uns in der Feldmarkt. Ich weiß mal nicht, ob ihr das kennt, das Wort Wiesche in der Nähe von Lengere, im Landkreis Peine. Das kennen viele sicherlich. auch die Leute, die gerade mit dem Lkw in Norden oder in Süden fahren, die Berufstätigen enthalten, die kennen das ein oder andere Örtchen doch schon mal. und Peine und Saske ist sowieso bekannt, so wie Braunschweig. Braunschweig müsstet ihr sicher kennen, wenn ihr den German Truck Driver kennt, schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Er könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen bei ihm. Er ist wirklich ein geiler YouTuber. Er macht gute Themen. Er erzählt keinen Müll. Er zeigt, er sagt Fahranfängern, auf was wir beachten müssen, wenn man als Berufskraftfahrer bei irgendeiner Spedition anfängt. Ja, das sagt er dann eben halt. Und die zeigen, so wie Falco mit K, unten in der Videobeschreibung. Der zeigt euch das auch. Der macht viele Roomtours. Finde ich sehr schön. Die letzte Roomtour war vom Mercedes Actros MP5. Die kleine Fahrerausausstattung. Und ja, ich glaube das war vom 1840. Also, für viele die es nicht wissen. Auf LKW steht ja meistens immer drauf. 18 und danach kommt, was weiß ich, 73. Keine Ahnung, 73 ist bei uns gar nicht bekannt. Dann heißt die 18, das sind 18 Tonnen LKW. Ja. Und die 73. Da müsst ihr einfach nur eine Null drin hinterhängen. Dann wisst ihr, wie viel PS dieser LKW hat. Das ist dann eben die PS Anzahl. 1840, also 18 Tonnen. Und 400 PS. Ja. Das kann ich euch irgendwann mal zeigen. Weil mein Onkel in meiner Video Playlist. Da müsst ihr irgendwo. Steht der Titel. Das werde ich euch jetzt um in die Infobox reinballern. LKW fahren mit meinem Onkel. Da kann ich euch den LKW nochmal genauer zeigen. Was was bedeutet. Die Kabel kann ich euch zeigen. Die Fahrerhausausstattung. Wie ich diesen LKW persönlich finde. Also mal so eine LKW In- und Outdoor Tour. So ungefähr. Und ja, das muss bestimmt Spaß machen für euch. Weiß ja nicht. Ich mach mal ne Abstimmung. Was ihr davon haltet. Ja. Na, dann müssen wir mal gucken. Wir können alles in die Tat umsetzen. Das geht alles. Wir müssen nur gucken wann. Ich hab zwar mein Onkel schon gefragt. Aber er muss eben halt gucken wann. Ich will jetzt nicht die Firma und wo der fährt, will ich jetzt nicht sagen. Ja. Ihr wisst wegen Datenschuss Rechtlinien. Bei Youtube. Ja. Und das ist, ja. Das ist schlimm geworden. Sobald du irgendein Lied rein machst. Was für Youtube. Wo der Song Name drin vorkommt. Dann wird komplett die Tonspur gesperrt. Und das war zwar früher schon so, aber nicht so extrem. Und da finde ich, da sollten sie nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Wie das so ist. Aber ihr wisst, die Regierung will das so. Da können die anderen auch nichts gegen ändern. Aber Deutschland hat da nicht aufgepasst. Die sind zu spät aufgestanden. Und ja. Regt sie dich her. Da muss man sich gar nicht drüber aufregen. Und man muss es hinnehmen wie es ist. Kann man jetzt auch nicht mehr gegen ändern. Wir sind ja keine Politiker. Leider. Äh ja. Wir sind ja leider keine Politiker. Aber Leute. Falls ihr dieses Video. Äh. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Könnt ihr dies gerne tun. Das Abo ist kostenlos. So wie Like. Mehr gesagt. Einen Daumen nach oben. Ist genauso kostenlos. Weil viele immer denken. Das kostet was. Nein. Das kostet nichts. Aber ich werde euch jetzt ein paar. Äh. Neiste Zehn aus meinen anderen Videos rausschneiden. Und ein bisschen. So ein paar Klipses rein machen. Würde ich cool finden. Das könnte ich auch öfters machen. Ja. Okay Leute. Ich melde mich nach den Klips nochmal wieder. Ja. Okay Leute. Viel Spaß. Ja. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 32. Falsch. Einmal drehen bitte. Ah. forgot. Ohohohh. Ich klaında varmliamo her. Ah. Oh besar ist das eklig. Wow ich auch schon dabei gesehen. ja wir laufen jetzt noch ein bisschen das sind ungefähr noch zwei kilometer dann ist das auch wieder hinten sehen könnt da hinten die bäume da ist ein friedhof und da werden wir mal irgendein abend nachts da werden wir mal hingehen man sagt ja immer man soll nicht mehr nach 0 uhr auf einen friedhof gehen wir machen es trotzdem wir machen das dann weiß ich noch nicht wann ich das genau mache aber irgendwann ich werde mal schätzen also in zwei drei wochen werde ich das schon machen ja dann werden wir da hinten mal auf den friedhof gehen und werden mal schauen was uns da erwartet ne ich glaube zwar nicht an die an diese wie nennt man es wie nennt man diesen Schrott denn an diese an diese mysterien so glaube ich nicht dran oder an geister oder sowas ja da glaube ich ja gar nicht daran so wie mir wurde mal gesagt ja mein ufo gesichtet am tage ich habe davon jetzt nichts gesehen die sind haben sie gesagt das ist mein bekannten ja haben gesagt die sind einfach tschuldig am tage lang gegangen und dann haben die auf einmal einen ufug gesehen so wie nachts ja an die mysterien glaube ich gar nicht weil ganz ehrlich an geister nein was sollen geister anstellen so wie genauso wie hexen im wald oder so dann sind der hexen nach 0 uhr ja ganz ehrlich da glaube ich nicht dran das ist meine persönliche meinung ja also ich glaube jetzt wirklich nicht dran an die mysterien weil wieso soll man daran glauben im fernsehen bei ntv zum beispiel so wie x factor oder so wie willst du wissen dass das überhaupt stimmt ja wie willst du wissen dass das überhaupt stimmt ja das kann man ja nicht wissen ja das ist einfach nur so eine fernsehsendung sage ich in diesem mal genauso wie filme oder videos davon lassen genauso keine beweise ja heutzutage bei einem schnittprogramm kannst du dir einfach irgendwas reinschneiden dann sieht das genauso aus als wenn das irgendwie hexen oder geister oder sowas ist ja aber dann sollte man sich wirklich mal ausprobieren was da überhaupt ist weil wenn es schon heißt man soll um 0 uhr nach 0 uhr nicht mehr auf einen friedhof gehen dann muss es ja irgendeinen grund haben aber da ist wie gesagt da ich ja sowieso nicht am mysterien glaube dass wir so wie ich doch nach 0 uhr hängen werde ich irgendwann mal machen werde ich irgendwann mal für euch machen damit ihr das mal seht wäre geil ein bisschen unterstützung ihr wisst abos würde mich sehr freuen und daumen nach oben wie immer bei jedem video und ja wir laufen jetzt noch ungefähr ein kilometer ja und ja dann sehen wir uns am ende des videos nochmal und werde euch noch ein paar highlights unserer tour zeigen also bis dann leute ich muss euch nur wirklich nochmal was zeigen ja ganz ehrlich es ist arschwarm draußen ja ich guck nur mal nach vorne es ist arschwarm da seht ihr die sonne scheint schöner ausblick die sonne scheint am himmel ja das beste ist und das beste ist wirklich immer noch meine opa ja bei dem war ganz ehrlich das ist das ist so anstrengend zu laufen aber mein opa denkt sich boah das war anstrengend guck mal nach vorne also da muss man sich jetzt wirklich mal gedanken machen ne aber so ist es die leute haben trainiert die leute haben in ihrer kindheit viel gespielt im garten ihr wisst bescheid wir nicht mehr so wir sind so die leute verzocken wisst ihr bescheid aber wir müssen gucken wie in den wind verhältnissen weil hier wird der wind jetzt ein bisschen doller hier wird der wind jetzt ein bisschen doller da müssen wir gucken wie die tonqualität ist aber wenn nicht dann muss ich euch das nachmoderieren ist ja auch nicht so schlimm ne ist ja nicht so schlimm aber wir sehen uns am ende des videos nochmal jetzt kommen noch ein paar clips noch ein paar highlights von unserer tour wie schon gesagt aber ganz ehrlich ich finde das schön nebenbei ausnehmen finde ich echt schön mal so eine tour machen 4 kilometer ja ist wirklich schön aber leute wir sehen uns nach dem video nochmal wir sehen uns am ende der tour nochmal nach den clips die jetzt kommen und nach den highlights ich werde euch da immer drüber schreiben welche folge das ist und was das ist ein clip oder ein highlight ja also clip ist jetzt auch von einer anderen aufnahme von mir eine zähne raus geschnitten das machen wir dann eben teilt und ja da schreibe ich euch dann immer drüber wenn von einem anderen video von mir schreibe ich euch immer clip drüber und die folge also die folgende nochmal bei einem highlight so wie jetzt das gerade eben mit meinem opa mache ich euch dann immer eben und halt das highlight da drüber ja wenn ihr fragen habt noch ein bisschen dicht auf wenn ihr fragen habt ihr könnt ihr gerne in die kommentare schreiben ja ich bin zwar alles offen zum beispiel ob ihr tutorials haben wollt oder sowas ja könnt ihr gerne schreiben wie gesagt clip oder highlight steht oben im video da drüber und jetzt wünsche ich euch viel spaß bei den clips und highlights wie gesagt ja 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 so Freunde wir sind jetzt zum ende des videos angekommen ich hab mich kurz raus gezogen das tut auch weh hier unten geht ganz dagegen in die Ecke aber ja wir sind jetzt am ende des videos angekommen ich hoffe euch hat etwas gefallen mal was anderes das ist immer nur das gleiche ich hoffe euch hat es gefallen ich werde gleich da reingehen ich hoffe euch hat es gefallen lasst einen Daumen nach oben da ich hoffe euch hat es gefallen lasst einen Daumen nach oben da wie gesagt ein Abo und ein Däumchen würde mich sehr sehr freuen lasst beides da bleibt gesund und munter so wie man es haben will bleibt gesund und munter bis zum nächsten Video Leute haut rein machs gut bis dahin ciao ciao